Ich grüße euch. Sicherlich ist euch bekannt oder du weißt, dass viele Menschen an einen Schutzengel glauben. Ja, dass es ihn gibt. Er ist der persönliche Begleiter, ist immer an deiner Seite und wacht Tag und Nacht über dich. Aber die meisten wissen nicht, wie sie den Kontakt zu ihrem Schutzengel aufnehmen sollen. Ich werde es euch kurz erklären. Suche dir einen ruhigen Platz wo du ungestört bist. Zünde eine Kerze an. Dann setze dich bequem hin, die Füße nebeneinander auf dem Boden. Nun atme dreimal tief ein und aus und vertiefe dich. Dann rufe deinen Schutzengel und heiße ihn willkommen. Du brauchst keinen Namen für deinen Schutzengel. Du spürst, wenn er bei dir ist. Nun stelle deinem Engel deine Frage. Einfach und präzise. Lausche und höre die Antwort deines Engels. Danach bedanke dich bei deinem Engel und komme aus deiner Meditation zurück. Diese Meditation kannst du immer wieder üben und du wirst sehen, wie einfach es ist, Kontakt mit deinem Schutzengel aufzunehmen. Bei dem einen geht es sehr schnell und bei einem anderen dauert es etwas länger. Aber du bekommst den Kontakt. Eine Meditation mit deinem Schutzengel ist ein spirituelles Erlebnis. Solltest du dies jedoch nicht schaffen, gebe ich dir gern Hilfestellung. Du brauchst mich nur anrufen. Ich wünsche euch viel Erfolg. Herzlichst, eure Deria. Wir sind natürlich auch viel Erfolg. Vielen Dank.